Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir schauen uns jetzt den Fall an, der bei Insolito die meiste Aufrufe hat tatsächlich. Und deswegen dachte ich mir, okay, ist ein scheinbar bekannter Fall, den ich, also ich mag zwar True Crime, aber keine Ahnung, auf Netflix habe ich den wahrscheinlich nie gesehen. Der hat nämlich eins rausgehauen mit das rätselhafte Verschwinden von Lars Mittank, die Wahrheit. Ich weiß von dem Fall nichts, außer ich bekomme jetzt irgendwelche Erinnerungsschübe und dann weiß ich wieder, um was es geht, aber mir sagt der Name nicht viel. Deswegen gehen wir da jetzt rein. Ist bei Insolito tatsächlich das beliebteste Video. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch mit der größte Fall. Und wenn hier steht die Wahrheit, scheint ja auch eine Auflösung wahrscheinlich mit dabei zu sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Wenn ihr Bock auf weitere True Crime Videos habt, lasst es mich gern wissen. Lasst gern ein Abo da, da würde ich mich sehr freuen, weil dann gehen wir natürlich öfter in die Videos rein. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt los. Am 30.06.2014 flog Lars Mittank mit drei Bekannten und zwei Schulfreunden nach Varna, einer Hafenstadt in Bulgarien, die am Schwarzen Meer liegt und im Norden an den Kurort Goldstrand angrenzt. Aber seit einigen Jahren ist der Goldstrand weniger als Kurort, sondern eher als der neue Ballermann am Balkan bekannt. Ja. Weswegen er oftmals das Ziel von sogenannten Partyurlauben ist. Also ich weiß nicht, ob ihr Leute kennt, aber ich kenne Leute vom Fußball, die jedes Jahr an den Goldstrand machen. Für Partyurlaub. Das scheint wirklich mittlerweile extrem beliebt dafür zu sein. So auch im Fall von Lars. Jedoch war dies sein erster Urlaub dieser Art. Normalerweise machte und buchte er Sport-, Angel- und Taucherurlaube. Aber weil seine Freunde den Urlaub schon gebucht und noch einen Platz frei hatten. Weil der Freund, der eigentlich mitkommen wollte, keinen Urlaub bekommen hat, entschloss sich Lars, weil er Urlaub hatte, mitzufahren. Sandra Mittank schreibt auch in der E-Mail an mich folgendes. Ich als Mutter war sehr verwundert über diese Art Urlaub, da ich dies nicht kannte von Lars. Lars arbeitete in Wilhelmshaven in einem Kohlekraftwerk, seitdem er seine Fortbildung zum Kraftwerker absolviert hatte. Wilhelmshaven liegt ungefähr 150 Kilometer von seinem Heimatsort, Marne entfernt, wo seine Familie weiterhin lebt. Er liebte seinen Job und seinen Fußballverein Werder Bremen von Kindheit an, was später noch eine Rolle spielen wird. Weil sein Vater 2012 einen Schlaganfall erlitt und dieser dadurch zum Pflegefall wurde, pendelte Lars immer, wenn er frei hatte, nach Hause, um für seine Eltern da zu sein und ihnen Arbeit abzunehmen. Außerdem genoss er es, seine Freunde und ehemaligen Fußballkameraden zu sehen. Da kam ein Urlaub gerade recht, eine Möglichkeit, das Tohova-Bohu zumindest für einige Zeit hinter sich zu lassen und neue Energie zu tanken. Die sechs flogen also am 30. Juni 2014 nach Varna und kamen dort im 4-Sterne-All-Inclusive-Hotel Viva unter. Zu der Zeit des Urlaubs war die Fußball-WM 2014 und die Temperaturen lagen mittags bei ungefähr 40 Grad. Im Gegensatz zu den anderen, die ihre Zeit eher im Hotel, im Zimmer, am Pool, beim Essen und abends auf Partys verbrachten, spielte Lars mit Abiturienten am Strand Fußball. Sie beschrieben ihn später als einen netten und umgänglichen Typen. Es passierte anfangs nichts Ungewöhnliches oder Nennenswertes. Das Einzige, was den Freunden auffiel, war, dass Lars nicht viel gegessen hat. Viele Dokumentationen und Hobbydetektive geben diesem Detail große Aufmerksamkeit und versuchen, ihre Theorien aus diesem Fakt abzuleiten. Jedoch muss man bedenken, dass es 40 Grad waren. Temperaturen, bei denen man oftmals einfach keinen Appetit hat. Außerdem wird nur von wenig und nicht von gar nichts gesprochen. Er aß trotzdem Suppen, Salat und Obst. So sagte ein Obstverkäufer am Strand aus, dass Lars öfters frisches Obst bei ihm gekauft hat. Er konnte sich sofort an ihn erinnern, als ihm ein Foto von ihm gezeigt wurde, da er ihm besonders höflich in Erinnerung geblieben ist. Am 3. Juli machten sie sich auf den Weg zur Bar Mystery of Golden Sands, um dort das Viertelfinale Costa Rica gegen die Niederlande zu gucken. Die Bar war in Fußball-WM-Manier geschmückt und auf jedem Tisch standen Fahnen des Heimatlands der Besucher. Lars trug an dem Abend ein Werder-Bremen-Trikot und erlaubte sich, nachdem er schon etwas getrunken hat, einen Spaß daraus, die verschiedenen Fahnen miteinander auszutauschen. Eigentlich alle verstanden den Spaß. Bis auf eine Gruppe Bayern-Fans, eine Abiturabschlussklasse, die es nicht auf die leichte Schulter nahmen und sich darüber aufregten und einen Streit anfingen, der aber letztendlich im Keim erstickt werden konnte. Vielleicht fühlten sie sich auch durch das Werder-Bremen-Trikot Lars angegriffen oder dazu berufen, etwas gegen sein Verhalten, in Anführungszeichen, zu unternehmen. Der Abend schien aber gut gewesen zu sein, denn sie verließen als Letzte die Bar gegen 4 Uhr morgens. Was ich generell nicht verstehen kann, also ich bin ja selber, ich spiele ja, oder ich habe lange Fußball gespielt. 21 Jahre, äh ja, 21 Jahre habe ich Fußball gespielt und ich werde es nie verstehen, wie man so krass Fan sein kann von einer Mannschaft. Also ich verstehe die Fankultur, das verstehe ich komplett, aber ich werde es nie verstehen, wie man so krass Fan sein kann, dass man andere aufgrund von einem anderen Fußballverein, den die anfeuern, so, dass er denen so nichts gönnt oder die dann wirklich hasst. So, warum? Es ergibt keinen Sinn, wie kann man sich selber das Leben damit schwer machen? So mit dieser Missgunst, ja, oder nur weil man unbedingt seinen eigenen Verein so krass pushen möchte. Das ist so unnötig einfach. Zum Hotel wollten Tim und Paul noch einen Abstecher zum nicht weit von der Bar gelegenen McDonalds machen. Ich meine, ey, wenn du das aus Spaß machst, so ein bisschen, ne, so ein bisschen Gaudi, gar kein Problem, weißt du, ich glaube, das macht jeder, wenn man sich so ein bisschen neckt. Aber so diese wirklichen extremen Fans, sag ich mal, die so Vollblut dahinterstehen und alles hassen, was nicht der eigene Verein ist, das wäre ich nie nachvollziehen können. Auf dem Weg zum Hotel wollten Tim und Paul noch einen Abstecher zum nicht weit von der Bar gelegenen McDonalds machen. Da Lars McDonalds allgemein nicht mehr mochte und sich eher gesund ernährte und viel Sport machte, sagte er, dass er nichts essen wolle und schon mal zum Hotel vorgehe. Das Hotel liegt ungefähr ein Kilometer von dort entfernt. Auf dem Weg wurde er nach eigenen Aussagen von Russen oder Bulgaren geschlagen. Er sprach später die Vermutung aus, dass diese von den Bayern-Fans aus der Bar beauftragt wurden, weil diese am Abend zu ihm sagten, dass man in Bulgarien leicht jemanden für wenig Geld damit beauftragen kann, jemanden zu schlagen. Er wurde nicht großartig verletzt, hat aber einen harten Schlag auf sein linkes Ohr bekommen. Als Lars am nächsten Tag aufwachte, rief er seine Freundin an und erzählte ihr von dem Vorfall und seinem schmerzenden Ohr. Sie bat ihn mehrmals darum, einen Arzt aufzusuchen und die Verletzungen und Schmerzen, die damit einhergingen, abzuklären. Jedoch dachte Lars, dass kein Arzt am Wochenende aufhat. Gleichzeitig hoffte er auch darauf, dass sich der Zustand seines Ohres schnell wieder verbessern würde. Am gleichen Abend gingen sie zwar noch alle zusammen feiern, aber die nächsten zwei Tage entspannten sie mehr und ließen den Urlaub ausklingen. Am Montag, den 7. Juli, mussten sie um 12 Uhr aus dem Hotel auschecken. Lars hatte immer noch Schmerzen und dachte über die Konsequenzen nach, die ein Flug auf eine Verletzung seines Ohres haben könnte. Denn für seinen Job als Kraftwerker ist ein gutes Gehör wichtig, weswegen sein Arbeitgeber alle Arbeitnehmer auch regelmäßig untersuchen ließ, um die Qualität und Sicherheit zu gewähren. Und da Lars seinen Job liebte, wollte er diesen nicht gefährden und entschloss sich dazu, mit einem Freund mit einem Taxi zu einem Allgemeinmediziner zu fahren und sein Ohr untersuchen zu lassen. Der Arzt diagnostizierte einen Trommelfellriss und verbot ihm zu fliegen und gab ihm eine Überweisung ins Krankenhaus St. Anna in Varna. Hier das Dokument dazu. Doch bevor er zum Krankenhaus fährt, begeben sie sich zurück zum Hotel und reden über ihr weiteres Vorgehen. Nach Absprache mit den anderen fünf hat Lars beschlossen und insistierte darauf, dass sie ohne ihn fliegen und ihn zurücklassen sollen, da er eine Auslandsreiseversicherung hatte, die ihn nach Hause transportieren wird. Am 7. Juli um 20 Uhr wurden die fünf mit einem Shuttle vom Hotel abgeholt. Lars fuhr mit einem Taxi zum Krankenhaus St. Anna in Varna. Gegen 20.40 Uhr betritt Lars das Sprechzimmer des HNO-Facharztes und wird untersucht. Nach Aussagen Lars hat der Arzt ihn, Zitat, verhöhnt. Ein Wort, das Lars so gut wie nie benutzte und bei Sandra dementsprechend eine enorme Gewichtung hatte. Der HNO-Arzt wollte Lars nicht verstehen und auch nicht mit ihm auf Englisch reden. Er verweigerte jegliche Kommunikation. Deswegen wird er auch nicht aufgenommen, musste aber trotzdem eine Rechnung von 120 Lever, ungefähr 60 Euro bezahlen. Lars bekommt ein Rezept für das Antibiotikum Zefzil 500 bevor er geht. Um 21.41 Uhr nimmt er das gleiche Taxi, das er nahm, um zum Krankenhaus zu kommen, um zur ersten Apotheke zu fahren. Aber weil das Rezept 20 Tabletten vorschrieb und die Apotheke nur Packungen mit 10 Tabletten vor Ort hatte, musste er noch eine zweite Apotheke anfahren. Das war gegen 22.05 Uhr. Dort bekommt er das Zefzil 500. Daraufhin steigt er wieder ins Taxi und sagt dem Fahrer, er solle ihn in ein günstiges Hotel bringen. Weil es die Sommerhochzeit war, war jedes, wirklich jedes ansehnliche Hotel schon ausgebucht. Was ein weiterer Grund dafür war, dass der Taxifahrer ihn ins Hotel Koller gefahren hat. Vielleicht hat er... Ja, das ist wirklich ein... Das sieht sehr... Das sieht sehr hochqualitativ aus. Hatte der Taxifahrer zudem eine Art Vertrag mit dem Hotel Koller, welches ihm eine Provision versprach, wenn er Touristen zu diesem Hotel bringt. Letzteres ist natürlich reine Spekulation. Könnte aber ein Erklärungsansatz sein. Wir hatten, wir waren letztens auch in Prag, ja. Wir waren in Prag gewesen. Da gab es auch ein Hotel, das war so im zehnten Stock erst. Es sah so schlimm aus, wirklich. Also, ein heruntergekommener kann es nicht aussehen. Wirklich, stellt euch vor DDR. Nur noch mal 100 Jahre vorher. Es war wirklich schlimm. Und da dachte ich mir auch so, ey, das kannst du keinem anbieten. Genauso wie das hier. Das hier sah noch richtig modern aus, im Gegensatz zu dem, was wir da in Prag gesehen hatten. Ja, Prag ist eine superschöne Stadt, aber das Hotel, da habe ich auch gesagt, ey, wer da was gebucht hat, der kommt da nicht lebend raus oder so. Der kommt wahrscheinlich auch nicht mal lebend rein, weil es da drin schon wahrscheinlich alles vergammelt ist. Nee, aber es ist schon, das sah schon sehr kriminell aus gerade, ja. Um 22.10 Uhr kommt er im Hotel Koller an. Es liegt in einer Seitengasse, einer abgelegenen Gegend. Lars steigt aus und weil er Durst hat, überlegt er zum offenen Geschäft zu gehen, das direkt vor ihm lag. Aber weil dort mehrere zwielichtige Männer rumstanden, entschied er sich dagegen. Also gab er dem Taxifahrer sein Geld und ein großzügiges Trinkgeld und bedankte sich herzlich für seine Hilfe. Letzteres waren die Worte des Taxifahrers, wobei hier anzumerken ist, dass er später für die Recherchen Sandra Mittangs nicht mehr zu erreichen war. Daraufhin checkte er ins Hotel ein und bezahlte mit Kreditkarte. Lars teilte seine Mutter später mit, dass der junge Mann hinter dem Tresen diese kopiert hat. Er ging auf sein Zimmer, später holte er sich noch ein Wasser an der Bar des Hotels, um das Zepzi runterspülen zu können. Um 23 Uhr rief er seine Mutter das erste Mal aus dem Hotel an und bat sie darum, sein Handy mit Geld aufzuladen. Sandra Mittang leistete seiner Bitte Folge und lud es auf. Hier ist kurz anzumerken, dass das Handy, welches er dabei hatte, kein Smartphone war, sondern ein altes Handy, dessen Akku schnell leer ging. Er wollte den Urlaub in vollen Zügen genießen und ließ extra sein neues Smartphone zu Hause. Zu dieser Episode schreibt Sandra Mittang folgendes. Er war beunruhigt. Er sagte, er hätte mit Fußballfans gestänkert. Er wurde aufs Ohr geschlagen und erzählte das mit dem Krankenhausarzt, dass der Arzt ihn verhöhnt hat und lachend weggeschickt hat. Er bat mich außerdem, die Auslandskrankenversicherung anzurufen, denn er wollte mit einem Krankentransport nach Hause geholt werden. Wir haben aufgelegt und ich habe bei der Auslandskrankenversicherung den Fall angemeldet und ein Aktenzeichen bekommen. Nachdem Sandra mit der Krankenversicherung telefoniert hat, rief sie ihren Sohn erneut an und teilte es ihm mit. Lars sagte daraufhin, dass irgendetwas mit dem Hotel nicht stimme, dass er weg müsse und dass Sandra seine Kreditkarte sperren soll, weil das Hotel diese beim Check-in kopiert habe und ihm dies komisch vorkam, weil er solch ein Prozedere bisher in keinem anderen Hotel erlebt habe. Wenn er wieder zu Hause ist, könne er sie wieder entsperren, versicherte er seiner Mutter. Um dies genauer abzuklären, rief Sandra bei einer Mitarbeiterin der Bank an. Diese teilte ihr mit, dass man die Karte nicht selbst wieder entsperren kann. Danach rief sie Lars wieder an und sagte ihm das, was die Mitarbeiterin ihr gesagt hat. Dennoch beharrte er darauf und fügte hinzu, dass er noch genug Bargeld habe. Sandra mitsang sperrte die Karte. In der E-Mail an mich schrieb sie dazu noch Folgendes. Mein Gefühl sagte mir, dass ich eine Busverbindung buchen muss, falls er nicht fliegen darf, am nächsten Tag. Also habe ich eine Busverbindung rausgesucht, gebucht und bezahlt. Der Bus wäre am 8.7. um 23.30 Uhr ab dem Busbahnhof Warner gefahren. Also selbst wenn Lars nicht hätte fliegen dürfen, hätte er die Sicherheit gehabt, ein Busticket zu haben. Sandra rief Lars schlafen zu gehen und Kraft zu tanken, denn die nächsten Tage werden anstrengend. Doch kurze Zeit später ruft er sie wieder an. Etwas stimmt mit dem Hotel nicht. Er sagte zwar nicht genau was, aber Sandra glaubt, dass er sich abgehört fühlte und deswegen nicht laut reden konnte. Die Recherchen der Privatdetektive und Sandras ergaben später, dass das Hotel sehr hellhörig ist und dass man alles vom Flur und von seinem Zimmernachbarn gut hören kann. Ihre Vermutung ist, dass Lars irgendetwas Beunruhigendes mitbekommen hat oder das Gefühl hatte, dass man hört, was er über das Hotel sagte. Am Ende des Anrufs sagte er, ich muss hier raus. Zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr rief er Sandra ein weiteres Mal an und sagte ihr, er sei aus dem Hotel raus und werde von vier Männern verfolgt. Er sprach leise, weil er sich vor ihnen versteckt hat und eigenen Aussagen zufolge, Zitat, höher liegt und runterfallen könnte. Kurz darauf legt er auf. 8. Juli, 3.06 Uhr Das klingt heftig nach Wahnvorstellungen, oder? Also er hat ja Medikamente bekommen. Ich weiß nicht, was die Medikamente alles für Auswirkungen haben, aber das klingt krass nach Wahnvorstellungen. Du musst rausflüchten und schnell weg. Also es klingt nicht so, als wäre er ganz bei sich gewesen oder beisammen gewesen. Ich weiß nicht aber, was das Medikament da für Auswirkungen haben kann, aber das ist wie krank. Ja, ey, wirklich, der ganze Fall wird ein extremer Horror für die Mutter sein, safe. Lars schreibt eine SMS an Sandra. Aber schrecklich, vor allem, die haben ja offensichtlich ein so gutes Verhältnis, der Lars scheint ja wirklich ein super, super lieber Mensch zu sein. Das ist natürlich nochmal, auf einer emotionalen Ebene nimmt das einem natürlich nochmal ein bisschen mehr mit, wenn man so weiß, ey, das ist so ein, wahrscheinlich auch ein sehr herzensguter Mensch gewesen. Ja, oder ist ein sehr herzensguter Mensch, man weiß ja jetzt gerade nicht, was mit ihm los ist, aber, ähm, ja, oder man weiß, was mit ihm los ist, aber wir schauen es uns ja jetzt erstmal an. Zef Ziel 500, was ist das? Neun Minuten später. Zef Ziel 500, was ist das? Weil Sandra Mitzank noch davon ausging, dass er sich versteckt, rief sie ihn nicht an, buchte stattdessen aber einen Flug. Der Flug wäre um 16.20 Uhr vom Warner Flughafen losgeflogen und um 21.45 Uhr in Hamburg gelandet. Um den Ablauf des Geschehens besser nachvollziehen zu können, ging Sandra und die Ermittler den Weg, den er wahrscheinlich gegangen ist, nachts zur gleichen Zeit ab und ihrer Einschätzung nach könnte es sein, dass die vier Männer, die ihn verfolgt haben, ihn ausrauben wollten, weil er eine Adidas-Tasche bei sich trug und durch sein gelbes T-Shirt am Abend gut zu erkennen war und nicht, weil sie spezifisch nach Lars gesucht haben. Sandra lag die ganze Nacht wach und wartete auf Neuigkeiten Lars. Lars wurde irgendwann in der Nacht heftig winkend am Straßenrand von einem Taxifahrer gesehen. Dieser hatte zwar schon eine Frau im Taxi, jedoch nahm er Lars mit und setzte ihn gegen 5 Uhr am Flughafen Warner ab. Der Taxifahrer und die Frau im Taxi berichteten im Nachhinein, dass Lars Pupillen erweitert waren. Die möglichen Ursachen dafür sind unbekannt. Es gibt zwar viele Theorien, aber alle sind rein spekulativ. Es könnte mit der Kopf- bzw. Ohrverletzung zusammenhängen. Oder auch Nebenwirkung des Medikaments Zefzil 500 sein. Oder einfach, weil er angespannt und voll mit Adrenalin der letzten Tage war. Kurz nachdem er am Flughafen ankam, rief er seine Mutter an und sagte ihr, dass er froh sei, dort zu sein. Zu dem Zeitpunkt ist sein Handy schon fast leer und die Gespräche mit seiner Mutter belaufen sich aufs Wesentliche. In kurzen, knappen Sätzen. Er sagt ihr, er brauche Geld und dass Sandra ihm Geld per Western Union überweisen soll. Beide kannten Western Union vorher nicht, aber Lars erzählte, er habe einen Mann aus Bayern am Flughafen kennengelernt, der ihm Western Union und den Prozess, wie man durch dieses Verfahren an Bargeld kommt, erklärt. Der Mann stand nicht mehr neben ihm. Und trotzdem konnte Lars Sandra klar und deutlich wiedergeben, was er ihm gesagt und wie Western Union funktioniert. Sodass sie dieses System verstand, obwohl es ihr vorher unbekannt war. Hieraus schließen die Privatermittler und Sandra, dass Lars noch klar bei Sinn und nicht verwirrt war, wie viele Internetdetektive oftmals annehmen. Sandra nannte ihm nach der Erklärung von Western Union die Daten für sein Flug- und Busticket und sagte ihm, dass er diese handschriftlich abschreiben soll, falls der Fall eintritt, dass sein Handy leer gehen sollte. Die Nummer Western Unions wollte sie ihm nach dem Besuch beim Arzt mitteilen, da sie zu dem Zeitpunkt noch keine Überweisung getätigt hat. Diese machte sie erst nach dem Gespräch. Lars sagt ihr nicht, wie viel Geld er braucht, weswegen sie eine Summe, die eher zufällig ausgewählt war, von 500 Euro festlegte. Hier wird oftmals spekuliert, dass die Summe von 500 Euro zu spezifisch wäre, falls Lars sie angefordert hätte und eventuell auf eine Erpressung hinweisen würde. Aber mit dem genannten Fakt erübrigt sich eine Spekulation in solche eine Richtung. Am Ende des Gesprächs sagte Sandra ihrem Sohn, dass er sich zum Flughafenarzt begeben und abklären soll, ob er fliegen kann oder nicht. Doch bevor er beim Flughafenarzt war, sagt er noch Zitat, sie lassen ihn weder fliegen noch fahren. Außerdem sagte Lars, dass er von dem Versteck verdreckt aussehe. Sandra erwiderte, dass er sich im Badezimmer frisch machen und sich melden soll, sobald er genaueres vom Arzt weiß. Außerdem machte Sandra ihm noch Mut und sagte, dass es nicht allzu schlimm sein könne mit seinem Ohr, sonst wäre er nicht vom anderen Arzt einfach weggeschickt worden. Kurz nach dem Gespräch und kurz nachdem Sandra die Überweisung an Western Union fertiggestellt hatte, rief sie ihn nochmal an. Sie hörte nur ein Plätschern, weswegen sie davon ausging, dass er aus Versehen den Anruf annahm und sich gerade im Badezimmer frisch machte. Dies war der letzte Anruf, den Lars annahm. Sie versuchte es später zwar noch einmal, aber Lars nahm nicht mehr ab. Während Sandra mit Tank immer nervöser und unruhiger wurde, da dieses Verhalten für Lars untypisch war, machte Lars sich auf den Weg in das Sprechzimmer des Arztes. Um 9 Uhr betritt Lars das Sprechzimmer. Das Gespräch und oder die Untersuchung dauert 42 Minuten. Lars gab Dr. Kostov, dem behandelnden Arzt, seinen Ausweis. Dieser notierte die nötigen Daten und schaute ihm daraufhin ins Ohr, verabreichte ihm Ohrentropfen, Maßfieber, seine Temperatur lag bei 37,2 Grad und wollte ihm abschließend Tabletten geben, die Lars aber strikt ablehnte, wahrscheinlich aufgrund der schlechten Erfahrungen mit dem Zefzil 500. Der Arzt erklärte Lars, dass er fliegen könne, weil es nicht so schlimm ist, aber er eine Verzichtserklärung unterschreiben muss, bevor er fliegen dürfe. Also stellte er ihm diese aus und Lars unterschrieb sie. Hier das Dokument dazu. Lars wurde dann wohl unruhig und bat, auf die Toilette gehen zu dürfen, murmelte er komme gleich wieder und verschwand. Der Arzt wartete, bis er erfuhr, dass Lars das Flughafengelände verlassen hatte. Dieses Dokument, das vorher noch nicht veröffentlicht wurde, stellt den Aufenthalt im Sprechzimmer des Arztes noch einmal in ein ganz anderes Licht. Das gerade war die Rekonstruktion der Ereignisse auf Basis des Dokuments und der Anrufe, die Sandra Mitzang mit Frau Mitrova hatte. Dr. Kostow sagte aber später, dass Folgendes passiert ist. Er sagt, dass es für Lars eh schon eine stressige Situation war und er Angst hatte, als plötzlich ein Mann in einer Uniform des Flughafens das Sprechzimmer betrat. Lars sei panisch geworden, aufgesprungen und losgerannt. Jedoch muss hier erwähnt werden, dass Dr. Kostow seine Aussage im Verlauf der Ermittlungen ganze drei Male geändert hat. Anfangs sagte er, dass dieser ominöse Mitarbeiter, der das Sprechzimmer betreten hat, ein Angestellter der Airline war, mit der Lars um 16.20 Uhr fliegen sollte und der nach Lars suchte. Jedoch war es erst 9 Uhr. Wieso sollte jemand so lange vor dem Flug nach Lars Ausschau halten, gerade wenn seine Mutter den Flug erst wenige Stunden zuvor gebucht hatte? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Danach sagte er, dass die Person, die hereinkam, ein Mitarbeiter des Flughafens war. Aber warum sollte ein Mitarbeiter einfach das Sprechzimmer des Arztes betreten? Und seine letzte Version lautete, dass er die Person, die hereinkam, nicht kannte. Viele wieder... Hä? Okay, okay. Also hier ergeben gerade alle Sachen keinen Sinn. Ja. Mitarbeiter der Airline und des Flughafens sind völlig unterschiedliche Dinge und ein unbekannter Mann macht das ja alles nochmal. Also dann würde er ja auch nicht wissen, ob er jetzt ein Mitarbeiter von dem Flughafen oder Airline ist, wenn er komplett unbekannt ist. Also wie weird einfach. Ja, Sprüche. Aber diese wurden auf die Spitze getrieben, als der leitende Ermittler Deutschlands zum Flughafen flog und Zuständige dort befragen wollte. Ihm wurde ein Mann vorgesetzt, der der ominöse Mitarbeiter gewesen sein soll. Ermittlungen von Privatdetektiven fanden aber die Identität des Mannes heraus und prüften seine Glaubwürdigkeit. Und es stellte sich heraus, dass die Person, die dem deutschen Ermittler vorgesetzt wurde, zum Zeitpunkt als Lars das Sprechzimmer betrat, nichtmals in Bulgarien befand. Hä? Des Weiteren können die Aussagen des Arztes nicht geprüft werden, weil es keine Kameras im Flughafen gibt, die auf den Eingang des Sprechzimmers gerichtet sind. Ein toter Winkel sozusagen. Sandra Mitzang rief, während Lars im Sprechzimmer war und weggelaufen ist, verschiedene Nummern an, um Hilfe zu bekommen. Aber Zitat, niemand wollte und konnte sie verstehen. Um 11 Uhr rief sie beim Honorarkonsulat in Barna an und wurde mit Frau Mitrova verbunden. Ihr erzählte Sandra, was passiert ist, dass ihr Sohn besorgt klang und dass sie dringend Hilfe braucht. Eine Stunde später um 12 Uhr rief Frau Mitrova Sandra zurück und sagte ihr, dass Lars beim Arzt gewesen sei, relativ normal ausgesehen, sich aber unruhig verhalten habe und den Arzt darum gebeten habe, zur Toilette gehen zu dürfen. Dann aber nicht wieder kam. Der Arzt dachte, er komme wieder und holt seine Sachen noch ab. Aber später berichtete sie Sandra, dass Lars einfach rausgerannt vom Flughafen verschwunden sei und seine Reisetasche, Ausweis, Rucksack und Handy zurückgelassen habe. Ein weiterer Punkt, warum die Aussagen des Arztes nicht schlüssig erscheinen. Am 9. Juli wird eine Vermisstenanzeige in Deutschland aufgegeben und zur gleichen Zeit beauftragt das Kohlekraftwerk, wo Lars gearbeitet hat. Ein Privatdetektiv und einen bulgarischen Anwalt, der gebürtig aus Warner kommt. Ein Mitarbeiter des Kraftwerkes befindet sich zu der Zeit mit seiner bulgarischen Frau in Bulgarien im Urlaub. Sie erfahren von Lars und begeben sich umgehend am 10.07.2014 zum Flughafen Warner und werden auf Nachfrage hin schroff abgewiesen. Ihnen werden keine Informationen über sein Verschwinden gegeben. Am 17. Juli nimmt der Privatdetektiv Andreas Gütig die Arbeit in Warner auf. Am 24. Juli reist Sandra mit Zankt nach Warner. Am 27. Juli fahren Sandra, der Arbeitskollege von Lars und der bulgarische Anwalt zum Flughafen. Am Flughafen werden Sandra die Aufnahmen der Sicht. Also es ist aber krass, dass der Arbeitgeber sich da auch mit einschaltet. Aufgrund von Kontakten. Das ist schon, das muss ich sagen, es ist nicht selbstverständlich, aber es geht um Menschenleben und umso respektvoller ist es oder respektabler ist es, dass das gemacht wurde. Finde ich heftig. Sicherheitskameras gezeigt. Sandra schreibt folgendes. Ich weine nicht, obwohl ich Lars das letzte Mal sehe. Ich bin erleichtert. Mein Gefühl sagt mir. Mein Sohn weiß, was er da tut. Er bringt sich in Sicherheit. Nachdem Sandra das Video von Lars gezeigt wurde, wo er aus dem Flughafen rennt, fragt sie die Zuständigen vor Ort, ob sie ihr die Aufnahmen zeigen können, wo Lars am Flughafen ankommt. Das Video sei gerade nicht verfügbar, sagten sie ihr. Ich habe für diese Dokumentation alle Videos, die Sandra und die Polizei zur Verfügung gestellt wurden, bekommen und werde sie nebenher einblenden. Was aber wichtig zu wissen ist, ist, dass das Video... Das war er, oder? Der hier gerannt ist? Das ist ja komplett panisch. Das ist ja komplett panisch. Guckt euch das mal an. Also so würde ich niemals... Da musst du auf der Flucht sein, wenn du das machst. Wenn du mit vollem Tempo da sprintest. Also wenn jetzt... Wenn da niemand hinterher rennt, dann ist das doch absoluter Wahn, oder? Also das sieht... Niemals normal aus. Was aber wichtig zu wissen ist, ist, dass das Video, was Sandra am Flughafen am 27. Juli 2014 gezeigt wurde, Videoszenen zeigt, die der Polizei sieben Monate später nicht zugeschickt wurden. Nein. Das bedeutet, dass Sandra andere Szenen gesehen hat, als die, die wir hier sehen. Sie beschreibt die Szenen, die sie am 27. Juli gesehen hat, wie folgt. Lars sprintet aus dem Flughafen, aus der Tür, stoppt abrupt, fasst sich an die Gesäßtasche, Geldbörse da, Pass, orientiert sich nach rechts, links. Rechts liegt Warner, da wurde er geschlagen, also nach links. Dort sieht er auf gleicher Höhe, ca. 20 Meter entfernt, zwei Polizeiautos. Ein Stück weiter sieht er den Bushalteplatz und einen großen Sandberg, der von der letzten Sanierung des Flughafens übrig geblieben ist. Ein Parkplatz, dahinter ein Feld und noch weiter dahinter die Autobahn und ein niedriger Wald und dann ganz hinten, Berge mit einigen Häusern an den Hängen. Er entscheidet sich für diese Richtung und geht langsam auf die Polizeiwagen zu. Ungefähr 5 Meter vor ihm geht er über die Straße und sucht hinter dem Bus, der gerade rückwärts langsam rausfährt, Sichtschutz und läuft mit ihm. Die Kameras sehen ihn nicht mehr, als der Bus vorwärts anfährt. Er rennt auf den Sandberg zu und verschwindet dahinter. Daraufhin klettert er angeblich über den 2,15 Meter hohen Zaun ins Feld und verschwindet. In dem Video, das Sandra gezeigt wurde, wirkt Lars also alles andere als verwirrt. Eher gefasst, als hätte er einen genauen Plan und verhält sich unauffällig, damit die Polizei... Also so wie das klang, klang das eher wie kompletter Wahn, weil er immer noch sich komplett verfolgt fühlt. Also das wirkt doch alles so, als wäre er komplett... Entweder Wahn oder er wurde wirklich verfolgt, aber dann müsste man das doch auf den Aufnahmen gesehen haben, dass er verfolgt wird, oder? Es ist... Völlig crazy. ... ihn nicht bemerken. Das Video, was wir sehen, bildet also nur einen Teilausschnitt dessen dar und lässt den eigentlichen Sachverhalt und Zustand Lars anders wirken, als er in der Realität war. Und deswegen kann man den Satz Ich weine nicht, obwohl ich Lars das letzte Mal sehe. Ich bin erleichtert, mein Gefühl sagt mir. Mein Sohn weiß, was er da tut. Er bringt sich in Sicherheit. Nun besser verstehen. Okay, ja, ja. Auf diesem Standbild hier sieht man, dass Lars sich etwas zu essen gekauft haben muss. Warum gibt es aber kein Video davon? Warum gibt es kein Video von der Ankunft am Flughafen? Und wie Lars auf die Toilette geht? So wenige Aufnahmen, obwohl es offensichtlich Unmengen an Material geben müsste. Selbst wenn es einen Totenwinkel am Sprechzimmer des Arztes gibt. Ja. Was hat das zu bedeuten? Nachdem Sandra Mittag das Video von Lars gezeigt wurde, wurde ihr die Bestandsliste der Adidas-Reisetasche ihres Sohnes ausgehändigt. Sie war zwar auf Bulgarisch geschrieben, aber Frau Mittag selbst kann Russisch, was dem Bulgarischen sehr ähnlich ist, weswegen sie das Zerfziel 500 auf der Liste entdeckte. Es wird zweimal aufgelistet. Einmal mit 10 Tabletten und einmal mit 7 Tabletten. Denn weil einmal nur 7 Tabletten aufgelistet sind, kann man davon ausgehen, dass Lars 3 Tabletten des Zerfziel 500s zu sich genommen hat. Es sind weitere alltägliche Dinge aufgelistet, wie Anziehsachen und so weiter. Aber auch weitere Medikamente mit der entsprechenden Stückzahl und Tablettenpackungen. Lars hatte sich Tabletten aus Deutschland mitgenommen, um eine Reiseapotheke bei sich zu haben. Zwar wird Sandra die Liste nicht ausgehändigt, aber die Reisetasche. Sie verlassen den Flughafen und fahren direkt zur Polizei, um dort eine vermissten Anzeige aufzugeben. Dies dauert ungefähr 4 Stunden. Als Sandra später im Hotel ankommt, durchsucht sie die Tasche. Sie schreibt folgendes. Abends im Hotel kontrolliere ich die Tasche und stelle fest, dass Lars wie immer sehr ordentlich war. Er hat alle Belege vom Hotel, der Apotheke und so weiter aufgehoben und in die Tasche in eine Folie gesteckt. Anhand der Belege, die ich alle chronologisch sortiert habe, kann man den genauen zeitlichen Ablauf seines Urlaubs nachvollziehen. Das einzige, was fehlte, war das Zefziel. Die zwei Rechnungen des Zefziels von den zwei Apotheken waren auch dabei. Bei der zweiten Rechnung war der Name des Medikaments nicht aufgeführt. Aber die Tabletten fehlten in der Reisetasche und das, obwohl sie auf der Liste des Flughafens aufgeführt wurden. Also machte sie sich am nächsten Tag nochmals mit dem Anwalt auf den Weg zum Flughafen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Sie fragt die Zuständigen, wo das Zefziel sei, da es auf der Liste stand, sich aber nicht in der Tasche befand. Der Mann, der ihnen den Tag zuvor die Liste aushändigte, wurde hereingebeten und brachte ihnen die Liste. Jedoch war es eine andere Liste, auf der das Zefziel nicht mehr aufgelistet war. Sandra schreibt, Junge, das ist doch maximale Verarsche, okay, also, aber mich nervt das schon wieder, dass es zum Beispiel diese Aufnahmen nicht weiter gab, aus den anderen Positionen, der kann doch irgendwas nicht hinhauen. Also, dass wieder viele Komponenten irgendwie nicht mitspielen, dass man dann nicht mehr weiß, wo Lars ist, das zeigt ja, dass irgendwas schiefgelaufen ist und nicht nur Tabletten dafür verantwortlich sind, dass er eine Wahnvorstellung hat und dann rennt er irgendwo hin, dann war es das. Also, da spielen ja mehrere Personen definitiv eine Rolle. Ich weiß. Und warum sollte man eine Aussage zweimal umändern? Also, dieser Arzt, warum sollte man das zweimal umändern? Das verstehe ich nicht. entsetzt, der Anwalt auch. Dieser sagte, dass er bezeugen kann, dass die Tabletten den Tag zuvor aufgelistet waren. Kurz darauf wurde es entsetzlich laut. Ich rief lautstark, dass sie aufhören sollen und dass mich diese Tabletten nicht mehr interessieren. Ich wollte nur noch raus. Die Situation fühlte sich sehr ungemütlich und brenzlig an. Ich wollte nur noch weg. Ich dachte mir, hier stimmt einiges nicht. Hier wird Theater gespielt. Einige Zeit später kündigte Sandra den von sich gab, was Lars betraf. Jegliche Vermutung, die sie ihm unterbreitete, schlug er ab und zweifelte er an. Irgendwann sagte er, dass sie aufhören soll, nach ihrem Sohn zu suchen. Kontakte von ihm gaben ihm diesen gut gemeinten Rat. Unfassbar. Zwar tauchten später die Blister vom Zefzil wieder auf. Anscheinend hat die Polizei von Barna die Medikamente einkassiert. Denn sie hingen an der Akte von Lars. Was aber blieb, war der bittere Beigeschmack. Und weitere Fragen taten sich auf. Es sah stark danach aus, als wollte jemand eine Suche nach Lars unterbinden. Aber warum nur? Ich weiß, es klingt fast verschwörungstheoretisch, aber die faktische Lage spricht größtenteils für solch eine in Anführungszeichen Verschwörung. Warum sonst? Sollte Twitch gerade hängen oder so oder immer mal das Bild hängen, weil es gerade geschrieben wird in den Chat? Ich kann nichts dafür. Also es ist auch nicht die Internetverbindung, da läuft alles gut. Also bei OBS läuft alles gut. Dann ist Twitch gerade mal wieder am Abschmieren. Sollte der Ich muss jetzt, ich zieh trotzdem immer ein bisschen Arzt seine Aussagen ändern. Warum sonst sollten die Videoaufnahmen gekürzt worden sein? Warum sonst wurde dem leitenden Ermittler ein Mann vorgesetzt, der der ominöse Mann sein sollte, sich aber nichtmals in Bulgarien befunden hat zu dem Zeitpunkt? Genaueres dazu wird euch aber gleich der Privatdetektiv Ralf, der immer noch aktiv für Sandra arbeitet und schon oft in Bulgarien gewesen ist, erklären. Der immer noch Wait, wait, wait. Der immer noch aktiv war. Also gut, das Video für die Leute, die es nicht wissen, ist vor drei Jahren entstanden. Ob es jetzt neue Sachen gibt, das können wir nachher vielleicht nochmal kurz gucken, aber ansonsten ist das krass. Also der Fall ist ja schon ein ganzes Stück her gewesen und der hat immer noch daran gearbeitet oder da saß immer noch dran. Am Ende dieses Abschnittes möchte ich noch einen Denkanstoß geben. Das Auswärtige Amt veröffentlichte kurz nach Lars Verschwinden folgendes. Vereinzelt wird von deutschen Ärzten auch über aufwendige und teure Fehldiagnosen und unnötige Behandlungen berichtet. Bei Nichtbezahlung wird mit Verhinderung der Ausreise und Passeinzug gedroht. In Einzelfällen werden Touristen durch Servicepersonal des Arztes oder zum Teil auch durch einzelne Hotelmitarbeiter bedrängt, die Rechnung zu begleichen und bei Ankunft in Deutschland sogar weiter mit Telefonanrufen belästigt. Wenn man sich jetzt nochmals die Aussage Lars ins Gedächtnis ruft, dass er sagt, dass sie ihn weder fliegen noch fahren lassen, bevor er zum Arzt rein ist, könnte man vielleicht hierzu eine Verbindung ziehen und es wirkt eher so, als wäre die Aussage aufgrund realer Bedenken und nicht Halluzinationen getätigt worden. Denn warum sonst sollte das Auswärtige Amt zwei Monate nach Lars verschwinden? Solch ein Statement publizieren. Der gesundheitliche Zustand von Lars Es gibt mehrere Theorien zu Lars gesundheitlichen Zustand. Aber bevor wir auf diese eingehen, sollten wir kurz klären, was es mit dem Antibiotikum Zefzil 500 auf sich hat. Erst einmal ist Zefzil ein Antibiotikum mit dem Wirkstoff Zefprozil, welches zwar öfter in Bulgarien, aber nicht in Deutschland verschrieben wird, da es ein starkes Antibiotikum mit vergleichsweise vielen Nebenwirkungen ist. Die Frage lautet für Lars zwar, was ist Zefzil 500? Für uns lautet sie aber, was hat dieses Zefzil 500 mit ihm gemacht? Kam es zu Neben- oder vielleicht sogar Wechselwirkungen? Und wenn ja, wie äußerten sich diese? Wurde er panisch, entwickelte er eine drogeninduzierte Psychose und Halluzination? Es gibt Studien, die besagen, dass Zefzil tatsächlich diese Nebenwirkungen haben kann, wenn auch sehr unwahrscheinlich. Ärzte in Bulgarien äußerten natürlich kein Bedenken, ob sie sich vorstellen können, dass das Verhalten Lars durch das Medikament ausgelöst wurde. Deutsche Ärzte hingegen sagten, dass Zefzil bzw. der Wirkstoff Zefprozil gerade in der Dosis bedenklich ist. Die Apothekerin Radha Pechlivanova vom Bulgarischen Apothekerverband unterstützte die Aussagen der deutschen Ärzte, indem sie sagte, Zitat Zwischen dem Antibiotikum und dem auffallenden Verhalten des Patienten könnte ein Zusammenhang bestehen. Wir sprechen aber von einer sehr seltenen Nebenwirkung, die davon abhängt, ob er zum Beispiel ein anderes Medikament eingenommen oder Alkohol getrunken hat. Bei Lars Fall kann es also sein, dass das Zefzil 500 noch stärker gewirkt hat als eh schon. Ja, wir haben ja noch den, man muss es ja noch bedenken, dass er ohnehin schon extrem Stress ausgesetzt war, ja, das ganze komische Theater mit dem Hotel. Das Zefzil, was er dann noch genommen hat oder Zefzil, wie das heißt, also ich glaube, die ganzen Umstände können auch dazu führen, dieser ganze enorme Stress kann dazu führen, dass die Nebenwirkungen noch krasser werden, kann ich mir vorstellen. Wegen Alkohol weiß ich nicht, wenn er ein sehr, sehr vorsichtiger Mensch ist, glaube ich nicht, dass er Alkohol getrunken hat. Denke ich jetzt mal nicht. Garudang für den Sub. Also ich glaube nicht, dass Alkohol der Grund dafür ist. Und die Wahrscheinlichkeit der Nebenwirkungen sich erhöht hat. Also es kann sein, dass er halluziniert hat. Und da eine Person, die halluziniert oder eine Panikattacke hat, die Gefühle und Angst nicht von echter Angst unterscheiden kann, einfach weil die Situation für sie subjektiv real ist, ist das Verhalten Lars Mittangs, wenn man es aus seiner Sicht gesehen hätte, nachvollziehbar. Man muss aber auch betonen, dass er wahrscheinlich nur drei Tabletten des Zefzils genommen hat. Schizophrenie nicht definierbare psychische Krankheit Die kritische Altersgruppe bei Männern liegt im Alter zwischen 16 und 30 Jahren. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit in diesem Alter am höchsten ist, eine Schizophrenie zu entwickeln. Natürlich trifft das nicht auf alle Männer zu, sondern meistens auf Männer, die eine Veranlagung dafür haben. Mit Veranlagung ist erbliches DNA gut gemeint. In meiner Recherche konnte ich keinen Hinweis darauf finden, dass die Familie mittank unter psychischen Erkrankungen leidet oder litt, weswegen ich diesen Aspekt für unwahrscheinlich halte. Bevor ich weiterrede, möchte ich betonen, dass das hier natürlich nur Spekulationen sind und es immer schwierig ist, etwas küchenpsychologisch zu bewerten. Ich kann nur von Erfahrungen meines näheren Umfelds berichten, dass es möglich ist, durch ein stressiges Leben und andere Faktoren, die dies begünstigen, eine psychische Krankheit zu entwickeln. Lars war gestresst und nicht in der besten psychischen Verfassung. Aber so schnell, kann man so schnell Schizophrenie entwickeln? Ich denke, das kommt doch in Schüben, würde ich sagen, oder in Phasen, dass sich das so anbahnt. Aber hier wirkte das ja so, als hätte er es von jetzt auf gleich so extrem. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich kenne es nur, also ich persönlich kenne es nur bei Betroffenen, dass sie das am Anfang leichter hatten, dann wird es immer ein bisschen mehr und dann immer mehr und immer mehr. Aber das kann natürlich auf Grund des Medikaments direkt vielleicht auch kommen sein, man weiß es nicht. Und er war allein in einem fremden Land. Als wäre das noch nicht genug, folgte eine Verkettung von Ereignissen, mit denen er nicht gerechnet hat und die ihn kalt erwischten. Er dachte, er würde stationär aufgenommen und zurück nach Deutschland transportiert werden, über seine Auslandskrankenversicherung. Aber wie wir wissen, stellte sich auch diese Annahme als falsch heraus. Lars musste sich ein neues Hotel suchen und darauf folgte noch eine panische Episode, in der er dachte, verfolgt zu werden oder vielleicht wirklich verfolgt wurde, was wahrscheinlich eine Angst in ihm auslöste, die einer Todesangst gleichkommt. Vielleicht hat diese Verkettung dafür gesorgt, dass eine psychotische Episode ausbrach, sei es eine Psychose oder Schizophrenie. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Wikipedia-Artikel zur Schizophrenie. Im akuten Krankheitsstadium treten bei schizophrenen Menschen eine Vielzahl von charakteristischen Störungen auf, die fast alle Bereiche des inneren Erlebens und Verhaltens betreffen. Die Wahrnehmung, Denken, 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 Also ja, das ist eigentlich gerade ganz interessant. Ich finde, pass auf, Easy hat geschrieben, ich finde es halt auch komisch, dass selbst wenn das eine Nebenwirkung war, wo ist der denn abgeblieben? Ja, stimmt eigentlich. Also es ist doch eh scheißegal, weil ob, klar, wenn du jetzt schizophren bist, natürlich kannst du dich verirren oder so, aber irgendwann wirst du doch vielleicht mal gefunden. Also selbst wenn du nicht mehr lebst, weil dir halt was Schlimmes widerfahren ist, irgendwo musst du doch dann gefunden werden. Das kannst du ja nicht einfach weg sein. Also es ist, äh, das ist ja das Komische. Gefühls- und Gemütsleben, Willensbildung, Psychomotorik und Antrieb. Häufig werden nicht wirklich vorhandene Stimmen gehört. Es kann der Wahn vorkommen, verfolgt, ausspioniert oder kontrolliert zu werden. Weiter kann das Gefühl auftreten, fremdgesteuert zu werden, zum Beispiel durch Gedankenentzug oder Gedankeneingebung. Anhaltende Halluzinationen, jeder Sinnesmodalität sind möglich, auch sozialer Rückzug, Antriebslosigkeit, mangelnde Motivation, emotionale Verflachung und Freudlosigkeit werden nicht selten beobachtet. Ich möchte hier auch nicht weiter spekulieren, aber was diese Theorie einer psychischen Erkrankung wahrscheinlicher macht, ist die Einnahme des Zephzils. Allerdings ist fest davon auszugehen, dass Lars nur drei bis vier Tabletten des Zephzils eingenommen hat. Und hier muss die Frage gestellt werden, ob diese wirklich eine solch große Auswirkung gehabt haben können. Und auch mit diesem Erklärungsansatz bleiben die bereits gestellten Fragen offen. In solch einem Zustand hat man des öfteren klare Momente oder weiß zumindest, woher man kommt. Er erinnert sich teilweise an seine Vergangenheit. Warum sollte er sich also bei niemandem gemeldet haben? Kopfverletzung Trommelfellriss Die letzte wahrscheinliche Theorie ist die, dass Lars durch den Schlag auf sein Ohr bzw. auf den Kopf nicht nur einen Trommelfellriss erlitt, sondern auch eine schwere Kopfverletzung. Denn je nachdem, welche Areale des Gehirns durch solch einen Schlag getroffen werden, kann es zu Charakterveränderungen, Panik und den Symptomen kommen, die auch bei einer Psychose akut sind. Vielleicht erlitt Lars wirklich eine retrograde Amnesie, wie der Privatdetektiv vermutet, die durch ein Aneurysma ausgelöst wurde und immer wieder wird. Denn die Theorie des Privatdetektivs, den ihr gleich hören werdet, ist die, dass das Aneurysma, wenn es anschwillt, immer wieder auf die Gehirnareale drückt, die für Erinnerungen zuständig sind, weswegen er vergessen hat, wo er herkommt. Also das finde ich super gruselig auch. Das Gehirn kann so viel, das kann so viel anders machen von jetzt auf gleich. Vor allem wird das alles gesteuert vom Hirn. Das ist generell so ein Thema für sich, aber das ist eigentlich gruselig. Nur weil irgendwas nicht stimmt oder ein Aneurysma, wenn sich das bildet, da kann so viel kaputt gehen, so viele Verhaltensänderungen geschehen, das ist irgendwie, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber anhand von solchen Beispielen merkt man, es gibt sowas. Aber genaueres dazu wird euch der Privatdetektiv gleich erzählen. Wahrscheinlich ist es nichts Spezifisches von all dem, sondern eine Aneinanderreihung von Verkettungen und Umständen. Was genau spielt eigentlich auch keine Rolle. Deswegen möchte ich keine weiteren Spekulationen zu Lars' Gesundheitszustand äußern. Wir wissen nur, dass Lars wahrscheinlich verwirrt ist und nicht mehr weiß, woher er kommt. Er wird verängstigt und sozial isoliert sein und sich nur schwierig verständigen können. Seine Mutter sagt, er hat sein Urvertrauen zu den Menschen verloren und traut sich keine Hilfe mehr zu holen, weil er anscheinend viele schlechte Erfahrungen gemacht hat und sein Vertrauen oft gebrochen wurde. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum trotzdem noch Hoffnung besteht. Dies habe ich zwar schon im zweiten Teil beschrieben, aber weil dies ein alleinstehendes Video sein soll, fasse ich es noch einmal kurz zusammen. Die Facebook-Seite findet Lars Mittank, erhielt viele Hinweise, auch in Form von Fotos und immer wieder gingen sie auf die verschiedenen Bilder öffentlich ein. Okay, okay, das ist ja riesig. Allein die Facebook-Seite, weiß ich, wie alt die Facebook-Seite ist, aber wahrscheinlich ist es noch vor drei, vier Jahren. Hat einfach 33.900 Personen, denen das gefällt und abonniert haben 34.700 Leute, das ist Wahnsinn. Also das zeigt, wie groß der Fall ist und wie bekannt auch der Fall schon ist. Nur um zu sagen, dass es sich bei den Bildern nicht um Lars handelt. Aber Sandra Mittank und ihr Ermittler-Team ließen sich nie unterkriegen und wandelten jeden Anflug von Resignation in Energie um und nutzten ihre Rolle als Anlaufstelle für allerlei Hinweise dafür, die Person auf den Bildern mithilfe ihres Netzwerkes zu identifizieren oder zumindest mit ihnen zu sprechen. Über den Zeitraum von fünf Jahren konnten sie 15 Deutsche in ganz Europa finden, die einfach spurlos verschwunden sind, aber noch am Leben waren und mit einem Fingerschnipsen nach Hause hätten kommen können. Das Traurige ist nur, dass keiner von ihnen nach Hause wollte. Jeder ist freiwillig spurlos verschwunden. Jeder von ihnen wollte sein altes Leben hinter sich lassen und einsam auf den Straßen Europas leben. 2016 gab es einen weiteren aber diesmal vielversprechenden Hinweis, der aber nicht aus Bulgarien oder Europa kam, sondern aus Brasilien. Der Mann auf dem Bild, welches Sandra zugeschickt wurde, wies große Ähnlichkeit mit ihrem Sohn auf. Sie kontaktierte die brasilianische Polizei, um weitere Informationen zu dem Mann zu bekommen. Nach ungeduldigen, hoffnungsvollen Tagen wurde sie aber ein weiteres Mal enttäuscht. Der Mann sagte, er sei Kanadier, auch die Augenfarbe und die Blutgruppe stimmten nicht mit denen von Lars überein. Aber diese Sichtung ist die Sichtung, die Sandra am meisten Hoffnung gab. Denn der Kanadier namens Anton Pilipper verließ seinen Heimatsort Scarborough 2012, nachdem er wegen versuchten Raubes gesucht wurde und Anton Pilipper schaffte es vier Ausweisdokumente und ein Dach über dem Kopf und ohne die Sprachen der verschiedenen Länder durch die er reiste zu beherrschen zu überleben. Er reiste über 10.500 Kilometer barfuß per Anhalter heimlich auf der Ladefläche von Trucks alles während er unter Schizophrenie leidet. Nein! Junge, wie random ist das denn? Okay, also ich meine, das kann halt wirklich krass Hoffnung geben, aber das ist ja Wahnsinn, dass es auch so einen Fall gibt. Durch die Ermittlungen Sandras und der Privatermittler wurde er von seinem Bruder abgeholt und wieder mit seiner Familie zusammengeführt. Wahnsinn. Ich habe versucht, alles nochmals in ein Video zu packen und dieses Video soll eine Zusammenfassung des Falles sein, die so präzise wie möglich die Umstände erklärt und geteilt werden kann, um sich einen Überblick zum Fall zu schaffen. Des weiteren wurden Fehler korrigiert, die ich in den ersten Ich sage immer, dass ich jegliche konstruktive Kritik annehme und Fehler immer korrigiere und genau das wollte ich mit diesem Video machen. Der Fall von Lars ist so mysteriös und rätselhaft, dass sich viele Verschwörungstheorien und Spekulationen aufgetan haben, sogar Anschuldigungen gegen Sandra, dass sie zu wenig getan habe und sogar dass sie selbst mit in dem Fall verstrickt ist. Mit diesem Video und den Kalkulationen zum Stillschweigen bringen, weswegen sie auf einige Fragen eingehen wird, die in Foren und unter Videos heiß diskutiert werden. Aber bevor wir dazu kommen, beginnen wir mit dem Interview. Also das, was ich bisher gehört habe von Sandra war, dass sie sich krass um den Sohn gekümmert hat, immer da war, immer versucht hat, direkt zu handeln, Flug gebucht, Bus gebucht, also gehört, wie sie bei diesem komischen Europe irgendwas, keine Ahnung, irgendwas mit Union, Europe Union, hat sie noch Geld überwiesen, also sie hat eigentlich alles getan, was man hätte tun können, glaube ich. Also ich glaube, mehr kannst du gar nicht tun in so einer Situation, also mehr geht eigentlich nicht. Das Privat Direktives. Boah. Uns zugeschaltet ist jetzt Rainer, einer der Privatdetektive, die noch aktiv für Sandra mit Zank arbeiten. Erst einmal danke, dass du dir die Zeit hier nimmst. Hi Rainer. Kein Problem. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und ich selber möchte gar nicht viel reden, sondern einfach dir diese Fläche hier bieten, um einmal einige Fragen zu beantworten, die vielen Usern und Hobby und Internet Detektiven auf dem Herzen liegen. Ja, ich würde sagen, da reden wir gar nicht groß drum herum, sondern fangen einfach mal direkt an. Welche Ermittlungen habt ihr unternommen? Oh, im Fall Last Mittag haben wir meiner Meinung nach alles nur Erdenkliche Mögliche unternommen. Wir haben haben gesamte Gebiet um den Flughafen drumherum in alle Himmelsrichtungen weiträumig zu Fuß mit dem Flugzeug und mit einer Drohne mit Wärmebildkamera komplett abgesucht. Wir haben knapp über 100 Leute zusammengetrommelt, die ähnlich wie eine Hundertschaft bei der Polizei dieses Gelände Stück für Stück durchstreift haben immer miteinander in Kontakt gestanden haben um dann wirklich zu klären ist da irgendwo im Waldgebiet auch eine selbst gebaute Hütte eine Erdhöhle wo man sich drin verkriechen kann und so weiter. Wir haben einen Hund dazu geholt der Spuren des Menschen aufnimmt und dieser hat an einer Jacke von Lars gerochen und hat daraufhin die Suche aufgenommen er hat auch Spuren gefunden so wie man es dann deutet er hat seine Richtung angegeben ist der Richtung auch gefolgt aber diese Spur ist dort an einem gewissen Punkt einfach abgebrochen Es wurden von uns Lautsprecher Durchsagen in diesem Waldgebiet ausgestrahlt Wir haben auf so blöd es klingt eigene Art und Weise eine Soundanlage in ein Auto gebaut haben uns Lautsprecher außen an das Auto angebracht und sind mit einer Durchsage von Sandra Mittank durch diesen Wald gefahren durch die Hauptstraßen über die Schleichwege und haben sie dort nach Lars rufen lassen dass Lars doch bitte an die Straße kommen möchte dass er einfach vielleicht auch selbst wenn er sich nicht mehr erinnern kann sich an diese Stimme zurück erinnert dass ihm diese Stimme bekannt vorkommt oder dass ihm diese Stimme vielleicht sogar magnetisch anzieht und er ihr entgegen läuft das sind nur also das ist das ist wirklich unfassbar also das hätte ich mir nicht vorstellen können dass so viel unternommen wurde wenige punkte die wir gemacht haben und mittlerweile muss ich auch ganz ehrlich sagen fallen uns immer mehr neue Dinge ein die wir machen die wir wo wir die Umsetzung planen und diese dann auch tatsächlich umsetzen selbst bei mir der sechs sechs Jahre in diesem Fall aktiv ist es so dass ich Tag und Nacht wenn ich am arbeiten bin wenn ich privat unterwegs bin alle Eindrücke die mir in den Kopf kommen alle Ideen die mir kommen dann im Nachhinein mit Sandra bespreche und sie frage was denkst du ist das eine Möglichkeit wie wir einen Schritt weiter gehen können ich halte mit Sandra täglich Kontakt um auch zu gucken dass wenn Erneuerungen gibt oder wenn es neue Ansätze gibt dass wir die auch sofort besprechen ohne dass in irgendeiner Art und Weise viel Zeit vergeht dass man direkt drauf eingeht und vielleicht auch innerhalb den nächsten 24 Stunden sofort tätig wird und diese Idee dann umsetzt kannst du vielleicht noch mal genauer erzählen wie das mit denen also du hast im vor ich möchte mal ganz kurz ganz kurz erwähnen weil gesagt wurde sechs fucking jahre wir sind mittlerweile bei das war 2020 also das werden jetzt zehn jahre und da kriege ich Gänsehaut ne war jetzt zehn jahre einfach verschwunden gesucht und einfach nicht gefunden es ist man kann sich nicht vorstellen ich wirklich ich es grausam ist das wirklich wenn man sich einfach vorstellt das würde einem selbst beim engsten Mitglied Familienmitglied beispielsweise passieren für mich einfach nicht vorstellbar ich kriege schon Gänsehaut wenn ich überhaupt solche Fälle sehe höre aber es passiert ihr selbst dass die auch abgehangen wurden warum wurden die abgehangen also die ersten plakate die jemals gedruckt wurden für die suche nach Lars ähnelten sehr den sterbe anzeigen die die vulgar aufhängen wenn jemand gestorben ist im dorf daraufhin haben wir unsere plakate abgeändert und angepasst und diese anpassungen haben wir dann dort an bäume gepinnt an laternen an häuser wenn es möglich war und im nachhinein wurden wir angesprochen von der polizei und von der stadt warner dass wir doch bitte diese dinger sofort abhängen sollen weil wir sonst eine anzeige bekommen aufgrund der umweltverschmutzung und dann konnten wir nur noch andere wege suchen und durften nicht mehr öffentlich plakatieren und sind dann auf geschichten gegangen wie werbung in taxen weil jedes taxi in bulgarien hat ein tablet drin worüber sie navigieren worüber sie ihren taxometer laufen lassen und dort sind wir dann beigegangen und haben dort werbung geschaltet mit einem flyer auf bulgarisch für die suche nach lars wir haben alle tv-sender die in irgendeiner art und weise interesse hatten bedient wir haben jeden fernsehsender jeden radiosender bedient wir sind selbst hingefahren haben die angesprochen wenn kein interesse bestand dann konnte man da nicht viel darin ändern wir haben jede zeitung die in irgendeiner art und weise mit reinkam ebenso bedient das ist vor allem wäre das wichtigste ja wirklich diese diese plakate aufzuhängen also wenn es ja jemand wenn ja jemand hinweise hat dann leute aus dem ort und du darfst nicht mal dort das sichtbar machen also das ist wirklich es ist wieder so sinnlos ehrlich ist wieder so unfassbar sinnlos weil natürlich in dem falle die umwelt verschmutzung über dem oder die umwelt in dem fall über den menschen steht ja wenn es nach einer such aktion geht zumal man das ja danach wieder abhängt so weit gestreut werden konnte wie es nur ging aber wir haben auch da gemerkt egal wie weit wir an die stadt reingekommen sind oder egal wie fern wir weg gegangen sind da gibt es immer noch personen die nie was von dem fall von Lars gehört haben weil die halt auch medial nicht erreichbar sind nicht über fernsehen nicht über internet und nicht über telefon also selbst über über smartphone geschichten ist es tatsächlich so dass dort einige leute nie was vom fall gehört haben und das passiert uns auch in deutschland wenn wir leute in deutschland ansprechen dass zum beispiel auch noch eine zeitung in deutschland einen bericht bringt es gibt immer noch leute die von dem fall nie was gehört haben kannst du vielleicht gerade auch in dem zusammenhang einmal auf die vorwürfe eingehen dass sandra mit nicht genug ermittelt haben soll selber geholfen haben soll einfach das haben wir im vorhinein auch besprochen dass wir einfach diese ganzen vorwürfe auch mal zum verstummen bringen also du kannst du warst ja dabei du kannst ja bezeugen dass sandra da mehr als mit geholfen hat also sandra mittrang war mit mir und genauso mit meinen kollegen in der ganzen zeit mehrfach zusammen in bulgarien ab einem ganz bestimmten punkt konnte sie aber nicht mehr in bulgarien aktiv werden weil wir sie auch einfach schützen müssen und mussten und deshalb haben wir uns dazu entschlossen sandra aus bulgarien rauszuhalten aber aus der ferne aus per internet per telefon hat sie so viel geholfen wie es nur ging und dass man ihr vorwirft dass sie nicht genug getan hat das kann ich überhaupt nicht verstehen danke schon mal dafür also dass die vorwärfe haltlos sind du wirkt das ab also sie wirkt ja wirklich wie eine besorgte mutter ja also nachdem was man so alles mitbekommen hat was sie alles getan hat warum sollte man ihr irgendwas vorwerfen also mehr kannst du halt nicht machen sollte eigentlich jeder wissen der sich genauer mit dem fall beschäftigt aber einfach für die leute die die es nicht verstehen wollen einfach noch mal klipp und klar wollte ich das noch mal abklären kannst du vielleicht auch gerade bezüglich der ermittlung noch mal darauf eingehen inwiefern die bulgarische polizei mit euch zusammengearbeitet hat die bulgarische polizei hat mit uns gar nicht gearbeitet also das muss ich ganz klar so sagen wir haben unsere eigenen ermittlungen geführt und die Bulgaren haben für sich ihre eigenen ermittlungen geführt es es läuft nicht so wie in deutschland in deutschland ist es so dass wenn ich hinweise habe dann gebe ich die an die polizei weiter und die polizei wird tätig manchmal mag man zwar sagen es dauert eben bei der deutschen polizei aber in bulgarien haben wir festgestellt dass dort gar nichts gemacht wird in bulgarien ist der fall auch noch lange nicht geschlossen weil in bulgarien gibt ein bleiben und die bulgaren sind an sich auch interessiert daran dass diese ganze sache aufgeklärt wird aber durch die begrenzten mittel und auch durch die große reichweite der umgebung woher hätte sein können hat die bulgarische polizei gar nichts gemacht also ich habe von einer aktiven arbeit außer dass der nette Herr am schreibtisch gesessen hat und Sandra befragt hat nichts mitbekommen dass die in irgendeiner Art und Weise aktiv gesucht haben dann würde ich sagen machen wir einfach mal das ist ja klasse ja also irgendwie in letzter zeit also gerade wenn es um true crime geht sage ich euch ehrlich steht die polizei in 90 prozent der fälle nicht gut da aber ist ja klar bei vermissten fällen kommt ja nichts wirklich ans tageslicht wo man sagt okay der war dort also bei den ganzen offenen fällen ja ich kann es nicht nachvollziehen also wenn man wenigstens was vorweisen könnte okay wir haben den bereich abgesucht wir hatten spürhunde oder sonst irgendwas die polizei kann der mit sicherheit ein bisschen was machen wenn die zu keinem ergebnis gekommen sind okay die sind jetzt auch die können nicht gott spielen und sagen okay der ist safe dort aber dass man wenigstens nachweisen kann okay wir haben dort und dort was getan das würde wenigstens hoffnung geben dass man nichts nachweisen kann oder dass da nichts gehört wurde dass da mal gearbeitet wurde in dem fall kann ich wieder mal nicht nachvollziehen direkt einen größeren schwenk ich hatte in der doku auch den ominösen mann der ins sprechzimmer des arztes am flughafen geplatzt sein soll gesprochen und auch die drei version angesprochen was glaubst du denn was es mit diesem ominösen mann auf sich hat kannst du da vielleicht auch genauer was zu sagen also ich hatte in der doku auch erwähnt dass der leitende ermittler nach bulgarien kam und ihm einfach ein Mann vorgesetzt wurde der arzt der dort untersucht hat am flughafen hat in mehreren befragungen verschiedene aussagen getroffen dass dort jemand reingekommen sein soll der Lars wohl aufgeschreckt hat also er hat nur die Tür geöffnet oder soll die Tür geöffnet haben kurz reingeguckt haben was auf bulgarisch gesagt haben die Tür wieder zu und dann wäre die Sache erledigt gewesen und wenig später ist Lars dann wohl losgerannt diese Aussage des Arztes können wir gelöscht wurde selbst also es ist komisch immer wenn jemand verschwindet ist eine Aufnahme gelöscht gelöscht nicht mal die war nie da weil die Kameraperspektive einfach anders war sondern die wurde einfach gelöscht wer löscht den Kamera Aufnahmen das kann doch niemals normal sein wenige Tage später als Sandra sich die Aufnahmen angeguckt hat waren diese Aufnahmen schon gelöscht der bulgarischen Polizei genauso wie der deutschen Polizei wurde nur Material gegeben wo Lars kurz drauf zu sehen ist also er läuft ins Bild er läuft aus dem Bild raus und so weiter wir wissen aber Lars ist schon weit vorher am Flughafen gewesen Lars hat sich am Flughafen was zu essen gekauft Lars hat sich löschen sich automatisch in vielen System nach Zeit ja guck mal aber du nimmst ja eine Kamera dass die wenigstens mehrere Tage Wochen Monaten praktisch die Aufnahmen noch behalten in dem Fall wurde das einfach relativ schnell gelöscht also das ne nein meist 24 Stunden aber was ist das denn für ein Käse dann brauchst du ja keine Kamera aufstellen wenn es nach 24 Stunden gelöscht ist weil dir kann auch nach 25 Stunden einfallen oder auffallen okay jo da ist irgendwas komisches passiert und so weiter das kannst du ja auch nicht erzählen ich kann es ja nicht erzählen dass nach 24 Stunden die Aufnahmen schon wieder automatisch gelöscht sind also es ist doch da brauchst du keine Kamera mehr aufstellen Flughafen das kann ich mir wahrscheinlich vorstellen und hat sich ruhig gemacht davon hätten überall Aufnahmen existieren müssen diese Aufnahmen sind aber weg und dass der Arzt wirklich die Wahrheit spricht dass dort jemand ins Zimmer gekommen ist das kann ich nicht bestätigen und es basiert nur auf den Aussagen dieses Arztes und wie viel ich dem Arzt Glauben schenke kann man sich an drei Fingern abzählen nämlich gar nicht ja gerade auch die das Dokument was jetzt in der Dokumentation noch mit veröffentlicht wurde und auch der Anruf von Frau Mitrova die sprechen ja auch für die unschlüssigen Aussagen des Arztes um das einfach mal so zu sagen genau also dieses Dokument was dort jetzt mit reingenommen wird in deine Dokumentation besagt dass Lars eingewilligt hat auf eigene Verantwortung ins Flugzeug zu steigen und zu fliegen genauso haben wir ein Dokument wo es heißt dass Lars untersucht wurde wie viel Fieber er hat ein Untersuchungsdokument sag ich jetzt mal da hat Lars sogar versucht darauf zu unterschreiben aber es wurde kurz vorher abgebrochen weil der Arzt unterschreiben musste und der Arzt hat Lars eine Rechnung ausgestellt von 100 Lever die er dort bezahlen musste also diese Dokumente liegen uns dank der Polizei und auch dank der ganzen Situation liegen uns sie vor auch der Werdegang von Lars im Urlaub nachdem er geschlagen wurde und so weiter können wir klar nachvollziehen wir haben die Belege der Apotheken wir haben den Beleg vom Hotel und so weiter also der Weg von Lars ist so 100% aufgebaut und rekonstruiert wir wissen auch dass er nachdem er aus dem Hotel raus ist in die falsche Richtung gelaufen ist weil er in der falschen Richtung aufgegriffen wurde ja kannst du vielleicht auch nochmal genau wenn wir jetzt schon vom Hotel sprechen nochmal genau auf die Episode im Hotel eingehen warum Lars da hellhörig wurde und gedacht hat abgehört zu werden du warst ja auch vor Ort also zu dem Hotel muss man ganz klar sagen ich persönlich auch wenn ich schon in vielen schlimmen Hotels geschlafen habe ich würde in diesem Hotel nicht freiwillig schlafen wollen man kommt in dieses Hotel rein und es ist einfach meiner Meinung nach sehr ungemütlich und dann kommt noch hinzu dass man dort auch klar als Tourist zu erkennen ist in dieser Region denn in dieser Region man braucht die Straße nur hochlaufen vom Hotel weg auf die nächste Hauptstraße kommt man auf der einen Seite in ein großes Gypsy Zigeunervickel das sind wenige hundert Meter das Wieso ist überhaupt dort gelandet das war der Taxifahrer hat ihn dort hingebracht weil keine anderen Hotels frei waren und dann hat der Taxifahrer scheinbar irgendwie wie so eine Kooperation mit dem Hotel und er hat auch Geld bekommen dafür dass er den dann dort hingebracht hat ja das ist natürlich absolute Abfahrt vor allem wäre das nicht passiert wäre vermutlich alles gut gegangen aber das war wahrscheinlich der schätze ich jetzt mal auslösende Punkt und auf der anderen Seite kommt man zu 4 oder 6 großen Mehrfamilienhäusern wo Tag und Nacht immer irgendjemand unterwegs ist wo man wirklich auch wirklich Tag und Nacht jemand antreffen kann weil teilweise die Läden dort auch Tag und Nacht aufhaben das Hotel an sich habe ich insoweit kontrolliert dass ich wirklich reingegangen bin und unter einem Vorwand mir die Zimmer dort angeschaut habe wir haben vorgegeben wir möchten uns da einbuchen weil wir unseren Flug nicht gekriegt haben so ein billiges Hotel da wurde uns dann erzählt ja wir haben noch einige Zimmer frei bitte haben Schlüssel zum dritten Stock da können sie sich mal ein Zimmer angucken da war es dann so dass ich dadurch dass mein Kollege unten an der Bar gestanden hat und sich eine Cola bestellt hat während der Wartezeit ich selbst deren Gespräch im dritten Stock im Badezimmer und auch bei geöffneter Badezimmertür im Schlafzimmer hören konnte dieses Hotel ist so hellhörig dass ich ihm theoretisch gesehen auch hätte runter rufen können das hätte er gehört und ich habe alles gehört was die beiden miteinander besprochen haben dementsprechend das Hotel ist sehr sehr hellhörig meiner Meinung nach nicht sauber und das dann unter den Gesichtspunkten das Lars dort bezahlt hat und dann anschließend eine Kreditkarte kapiert wurde mit einer Art Blaupause da kann ich dann super nachvollziehen dass Lars gesagt hat Mama sperre meine Kreditkarte ich habe hier betreffend meiner Kreditkarte ein komisches Gefühl sperre diese bitte danke dir schon mal dafür damit das hier auch den zeitlichen Rahmen nicht sprengt könntest du vielleicht was zum gesundheitlichen Zustand von Lars sagen was glaubst du also ich hatte in der Doku schon angeteasert dass du eine bestimmte Theorie zu Lars Gesundheitszustand hast kannst du das vielleicht elaborieren also wie du dazu stehst was deine Theorie ist ich muss erstmal ganz klar sagen solange wir Lars nicht tot gefunden haben lebt er für mich und ich suche nach einem Lebenden das ist für mich ein ganz klarer Punkt weil wenn ich nach einem Toten suche habe ich zu einem gewissen Teil schon aufgegeben und das werde ich nicht zulasten das möchte auch die Familie nicht also ich weiß nicht wie es euch so geht aber nach den ganzen Erzählungen irgendwas sagt mir wobei das wieder mit dem Arzt so komisch ist warum sollten da Aufnahmen nicht mehr da sein warum sollte der Arzt drei unterschiedliche Aussagen machen das würde wieder darauf hindeuten dass er tot ist also tot sein könnte aber irgendwas sagt in mir auch dass das irgendwas psychisch nicht also komplett irgendwie durchgehauen hat dass er noch am Leben ist also irgendwie keine Ahnung es kann nicht sein ja ich meine es sind mittlerweile schon zehn Jahre das ist sehr sehr unwahrscheinlich und das muss man auch als nicht angehöriger und auch als Beobachter der Seite einfach verstehen das machen blödes Beispiel auch Personen die ihre Katze oder ihren Hund suchen die suchen auch nicht nach einem toten Hund oder nach einer Totenkasse die im Graben liegt sondern die suchen aktiv nach einem lebenden Tier so machen wir das auch wir suchen aktiv nach einer lebenden Person und wenn man dort in dem Fall dann auf den Toten stößt dann ist es so dann ist es aber immer noch eine bessere Antwort und man hat dort dann halt auch eben die die Gewissheit man muss nicht mehr weiter suchen aber wir suchen aktiv nach einer lebenden Person und das wird auch so bleiben egal wie viele Leute sich dagegen stellen wollen oder wie viele Leute im Nachhinein sagen ja such doch lieber nach einem Toten oder hört auf zu suchen weil diese Vorwürfe kommen auch das wollen wir nicht und das werden wir auch nicht tun und das werde ich als Ermittler auch nicht tun betreffend der Gesundheit von Lars bin ich klar der Meinung dass er das Urvertrauen in den Menschen verloren hat weil ihm das am Rollstrand passiert ist und dadurch und in Kombination mit den Tabletten die nachweislich Halluzinationen auslösen sollen in einer retrograden Amnesie gefallen sein kann das heißt er kann vergessen haben er heißt Lars wo er herkommt und so weiter hat aber immer noch die Fertigkeiten sprich er kann was seinem Beruf typisch ist er kann schweißen er weiß wo welches Kabel hingehört und solche Geschichten also handwerklich Fähigkeiten bleiben meistens erhalten aber so personenbezogene Geschichten verschwinden ich habe mit einigen Ärzten gesprochen auch einem Facharzt aus der Charité in Berlin und dieser ist der Meinung dass es tatsächlich durch diesen Schlag aufs Ohr zu einem Blutgerinnsel im Kopf gekommen sein kann der eine retrograde Amnesie auslöst in dem Fall dass Lars sich dann in irgendeiner Nadelweise aufregt dass er einen Adrenalinschub kriegt und so weiter schwillt das Gehirn an weil der Puls sich erhöht und dadurch wird die retrograde Amnesie immer wieder auf den Ursprung sage ich jetzt mal zurückgeführt dass der Körper dann gar keine Kraft hat in dem Moment sich zu erholen sondern er immer noch in diesem Tunnel drin steckt es gibt irgendwann einen Auslöser der ihn wieder aus diesem Tunnel rauskatapultiert aber da weiß man halt nicht was ist der Auslöser es gibt den Fall eines Amerikaners der hat mit 16 Jahren einen Unfall gehabt hat dann alles vergessen was er in den 16 Jahren zuvor erlebt hat und ist dann in sein komplett neues Leben gestartet er hat eine Frau er hatte zwei Kinder hat alles super gehabt und 51 Jahre später hatte er einen Autounfall und dieser Autounfall hat diese Bremse oder diese Sperre im Kopf gelöst und plötzlich konnte er sich nur noch an seine 16 Jahre erinnern und nicht mehr an das Leben was er dann schon viel länger geführt hat der Rest war dann wieder ausgelöscht und dann musste ihm das mühevoll wieder beibringen und da sind so die Punkte wo dann jeder mal sagt ja aber das kann ja nicht ewig dauern solche Sachen können schon länger dauern wenn es nicht diesen sogenannten Reizpunkt diesen sogenannten Punkt gibt was ihn dann wieder zurückschießen kann und letztendlich wissen wir nicht was es ist und dementsprechend müssen wir hoffen dass wir ihn vorher finden oder dass er tatsächlich diesen Reizpunkt kriegt und er dadurch dann wieder nach Hause findet Du sprichst den Punkt schon an finden was kannst du den Zuschauern denn mit auf den Weg geben also wo könnte er sich befinden wo sollten sie die Augen offen halten am besten natürlich überall einfach nochmal Worte zum Schluss hin Am besten kann jeder der uns helfen möchte die Augen aufhalten und seine Umgebung gut im Auge behalten sprich wenn dort ein Obdachloser Beispiel Düsseldorf gesehen wird der Lars sein könnte dann macht bitte dann macht bitte gute Fotos merkt euch gut den Standort und sendet uns das wir wollen nicht jeden Obdachlosen oder jeden der in irgendeiner Art und Weise lange Haare hat und Bart hat gleich über einen Kamm scheren und sagen das könnte Lars sein aber jeder der uns nicht gemeldet wird ist einer zu wenig jeder der uns gemeldet wird selbst wenn er noch so weit entfernt ist ist für uns ein Punkt wo wir sagen können das ist nicht Lars so viele die Obdachlos sind die aufgrund der Haarfarbe und aufgrund der des Bartwuchses und des Haarwuchses der Beschreibung von Lars entsprechend könnten weil ein Bart verbirgt sehr sehr viel vom eigentlichen Gesicht lange Haare verbergen viele andere Punkte vom Gesicht und wenn dann wie in Düsseldorf oder wie aktuell auch noch anderen Städten und Dörfern aus Deutschland gemeldet solche Sichtungen kommen dann müssen wir dem nachgehen und wir gehen dem auch nach egal wie weit weg es ist das ist einfach der Punkt ihr helft uns am besten indem ihr Fotos macht euch den Standort merkt und wenn ihr merkt dass diese Person vielleicht sogar verwirrt ist sprich wie im Fall von Düsseldorf mit einem Stein im Wasser tanzt dann sollte man die Person nicht einfach links liegen lassen sondern sollte vielleicht auch irgendwie Hilfe dazu holen manchmal ist es so dass die Polizei dann sagt okay wir nehmen mit wir überprüfen das Ganze und wir können dann feststellen da ist was oder da ist nichts manchmal ist es aber auch so dass die Polizei sagt im Nachhinein ja wir können den nicht mitnehmen der ist klar bei Verstand wir wissen aber der heißt so und so aus datenschutztechnischen Gründen darf man es dann natürlich nicht sagen aber dann können die Polizisten uns auch glaubhaft versichern es ist nicht unser Lars und wir haben in der Zeit seitdem wir nach Lars suchen nicht nur Obdachlose gefunden wir haben Leichen gefunden wir haben Leute gefunden die selbstbestimmt frei leben sag ich jetzt mal im Wald leben die auch seiner Beschreibung entsprachen weil dieses blond braune von den Haaren mit diesem Bartwuchs mit dem leichten grötig bräunlichen Stich den er drin hat das ist nun mal nicht selten und Lars hat halt eben kein keine Tätowierung auf dem auf dem Unterarm oder sonst wo dass man ihn gleich erkennen könnte die markant ist woran man ihn erkennen könnte wären einfach nur zwei drei Narben aber diese Narben sind bei bestimmten Kleidungsstücken und auch bei bestimmter Gesichtsbehaarung oder langen Haaren einfach nicht mehr erkennbar und dementsprechend müssen wir die Suche aufgrund unseres Profilbildes so allgemein halten wie es in dem Fall wirklich nur geht um auch die Reichweite in dem Fall so hoch zu haben wie es nur geht Ja vielen Dank Rainer für das Gespräch wir hoffen das Beste und ja Dankeschön Bitte gerne Wahnsinn Okay jetzt bin ich jetzt bin ich sehr sehr gespannt das sind jetzt noch die Fragen an die Mutter Wieso wurden genau 500 Euro per Western Union überwiesen? Das war eine willkürliche Summe von mir festgelegt Lars hat keine Summe gefordert sonst wäre ich stutzig geworden dass da was anderes dahinter stecken könnte Er hat mir vertraut dass ich das Richtige mache Glauben sie dass irgendjemand das Sprechzimmer des Arztes betreten hat und Lars daraufhin losgerannt ist? Ich glaube nicht dass da eine Person reingekommen ist da der Arzt Frau Mitrova am Telefon von einem Toilettenbesuch berichtet hat Es ist schleierhaft warum der Arzt behauptet da wäre jemand reingekommen und das in drei verschiedenen Ausführungen Was hat Lars alles zurückgelassen? Seine Adidas Reisetasche, Rucksack, Ausweis, Handy und in unserer Recherche wurde festgestellt dass er den Reisepass der leider vier Wochen später abgelaufen ist Auch noch bei sich hatte inklusive Geldbörse Hat Lars das CEF-Ziel wirklich zu sich genommen? Weiß man das zu 100%? Zu 99%iger Sicherheit hat Lars drei bis vier Tabletten genommen Am Abend vielleicht zwei und dann am nächsten Morgen eine Tablette Warum ist man sich sicher dass das Überwachungsvideo manipuliert bzw. verändert wurde? Ich habe im Flughafen am 26.07.2014 ein anderes Video gesehen aus einer anderen Perspektive In diesem hat Lars, nachdem er den Ausgang erreicht hat, sich orientiert an die Gesäßtasche gefasst und ist auf zwei Polizeiautos gemächlich zugelaufen Fünf Meter vor den Autos läuft er rechtwinklig über die Straße auf den Busbahnhof zu Wo nur ein Bus ist Dahinter verschwindet er als Sichtschutz Der Bus fährt rückwärts raus Er läuft im Windschatten mit Als er wieder vorwärts fährt Läuft er auf den aufgeschütteten Sandberg zu Und verschwindet dahinter Mehr ist dann nicht mehr zu sehen Das Video, was von Aktenzeichen XY gezeigt wurde Hat die Polizei vom Flughafen Warner nach sieben Wochen nach der Anforderung an die Polizei Bei Itzehoe geschickt bekommen Es ist definitiv ein anderes Video Was ist dran an den Gerüchten, dass Lars schon vorher einmal verschwunden ist? Da ist nichts dran Glauben Sie, dass Lars einen Grund gehabt hätte, freiwillig zu verschwinden? Lars hatte sehr viel Vertrauen zu seinen Eltern Eher ein freundschaftliches Verhältnis Wenn man so etwas sagen kann, innerhalb einer Familie Deshalb hat er mich, als ich ihn in Wilhelmshaven besucht habe Zu einer Besichtigung seines Arbeitsplatzes im Kraftwerk eingesetzt Weil ich auch im Kraftwerk gearbeitet habe Was auch nicht alltäglich ist Dann hat er mich in seine Zukunftspläne eingeweiht Dass er sich dort fest niederlassen Und ein Häuschen bauen oder kaufen möchte Zusammen haben wir uns die möglichen Orte in der Umgebung angeschaut Und er hat mich überall rumgeführt Ja, also das Sorry, aber es schließt es doch aus Dass er das vorhatte Also das ist so unwahrscheinlich Auch mit dem Schlag noch aufs Ohr Dass er dann dort bleibt Und dann geht der Plan auf Das ergibt für mich gar keinen Sinn Stimmt es, dass sich ein Mann mit gleichem Namen In einem Hotel in der Nähe von Warner eingecheckt hat? Ja, der Mann hieß tatsächlich mit Familiennamen Mittank Aber er war nicht verwandt Okay, das war cool Er war schon aufgeregter Er war schon aufgeregter als sonst Aber auch nicht lautsprechend Warum, wurde in der Dokumentation ja auch besprochen Habt ihr nochmal mit dem Hotel Koller gesprochen? Was sagen sie zu der Darstellung des Besitzers auf Google? Mit dem Rezeptionisten wurde zeitnah gesprochen, kurz nachdem Lars verschwunden war Der Rezeptionist war ein junger Mann, der tagsüber bei der Bank arbeitete Und im Nebenjob im Hotel Er hat die Kreditkarte kopiert und dann Lars wiedergegeben Im Auftrag der Polizei war später der Kriminalkommissar Klein im Rahmen der TV-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst im Hotel Vorher wurden die Drehgenehmigungen in Bulgarien eingeholt Und nun war der Eigentümer vor Ort und schilderte das Einchecken von Lars an dem Abend Weil er nach eigenen Aussagen anwesend war Und damit sind wir am Ende des mit Abstand aufwendigsten Videos, das ich je produziert habe Ich hoffe ich konnte den Ankündigungen und Erwartungen von euch einigermaßen genügen Oder vielleicht sogar entsprechen Wenn ja, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare Und wenn nicht, dann freue ich mich wie immer über konstruktive Kritik In den letzten Wochen wird der Fall von Lars immer wieder besprochen Und es kommen neue Hinweise bei den Privatermittlern und der Findet Lars Mittagseite an Ich hoffe wirklich, dass diese neue Aufmerksamkeit zum Finden von Lars führen wird Hört auf die abschließenden Worte des Privatdetektivs und haltet eure Augen offen Macht Fotos, falls ihr etwas seht und meldet euch bei den Seiten der Zuständigen Die auch in der Infobox verlinkt sind Das Bild, was ihr die ganze Zeit nebenher seht, wurde im privaten Auftrag von Frau Mittag erstellt Und zeigt Lars, wie er heute vielleicht aussehen könnte Vielen Dank fürs Zugucken Gute Nacht und Oh hey, das ist ein heftiger Fall Also wirklich diese, das war gerade einfach nur Ja, wenn man es überhaupt so nennen kann Für jemand, der den Fall so weit nicht kannte Ähm Erschreckend Spannend Weil man nicht weiß, was los ist Oder was da jetzt passiert ist Äh Ein, ein extrem heftiges Ein extrem, extrem, extrem heftiger Fall mit, mit Gänsehautfaktoren Ende Boah ey, das ist sehr, es wird mich so freuen, wenn man wüsste, dass er noch am Leben ist Bis dann Okay Äh ja, also wahnsinnig gutes Video Gut, gut aufgearbeitet, muss man wirklich sagen Boah, also heftig, einfach nur eine sehr heftige Sache Ich verstehe jetzt auch, warum das das meistgeklickte Video bei Insolito ist Weil das wahnsinnig gut gemacht ist Äh, sehr detailreich Man konnte ja alles nachvollziehen, wo er wie ist Und dann hat sich die Spur irgendwann Ja, ver... Verflüssigt Sehr krasse Sache Also gibt's auf jeden Fall ein Like Der Link ist selbstverständlich unten in der Beschreibung Und ähm Es heftig, also es heißt Bis heute wurde er wahrscheinlich noch nicht wieder gefunden Weil hier hat gerade jemand reingeschrieben Little M hat reingeschrieben Stand 23.2 immer noch nicht gefunden, leider Laut Google Einfach nach 10 Jahren oder nach knapp 10 Jahren Immer noch keinen Keine Lösung für das Problem Das kann man sich nicht vorstellen Vorhin hat auch schon jemand geschrieben Vielleicht waren's Wildtiere Er ist halt wieder die Frage Wie wahrscheinlich ist das? Welche Wildtiere leben denn in bulgarischen Wäldern? Und äh Ist es wahrscheinlich, dass er dort in den Gebieten irgendwie Ja, natürlich ist alles Kann alles passieren Aber wie wahrscheinlich ist es? Alles möglich Am Ende des Tages ist alles Ist alles unwahrscheinlich Und gleichzeitig auch wieder wahrscheinlich Ähm Nach 10 Jahren verschwinden Kann man sich nur schwer vorstellen, dass 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 ihm da Nichts 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 Lebensbedrohliches zugestoßen ist Ich kann mir nur vorstellen, dass er irgendwas Also realistisch gesehen Denke ich nicht, dass Lars noch am Leben ist Also Ich hoffe natürlich Dass es die Version ist Die der Ermittler Oder der Detektiv da gesagt hat Äh Ich glaube das kann man nur hoffen Aber Jetzt rein von der Wahrscheinlichkeit her Es ist schwer vorzustellen Ja Aber in Super heftiger Fall Ich hoffe wirklich, dass es aufgelöst werden kann Ähm Ich danke euch an der Stelle Fürs Fürs Zuschauen Ja Wenn ihr bisher geschaut habt Als Als Algorithmus Kommt einfach nur das Wort Algo in die Kommentare Das wäre jetzt gar nichts Großartiges weiter zu sagen Also Wenn ihr bis Zum Schluss dran wart Schreibt gern Algo rein Ähm Ich danke euch nun Fürs Zuschauen Lasst wie gesagt Gern ein Abo da Wenn ihr weiterhin Bock auf So True Crime Sachen habt Ich fand es super interessant Aber gleichzeitig echt schockierend Ich danke euch nun Fürs Zuschauen Ich wünsche euch noch Einen schönen Tag Und machts gut Haut rein Euer Alpha Kevin und Ciao Ciao